Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ihr seht schon, ich bin wieder zurück im Studio und heute gibt es natürlich wieder spannende News rund um Apple. Übrigens, falls ihr dieses Format feiert, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ist vollkommen kostenlos und würde mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Wir starten hier mit dem ersten Thema WWDC 2023. Genauer gesagt, die World Wide Developer Conference, die dieses Jahr vom 5. bis 9. Juni stattfindet. Denn Apple hat vor kurzem die Ankündigung dafür veröffentlicht und so sieht das Ganze aus. Die Keynote, die natürlich auch in diesem Jahr wieder stattfindet, die findet dann auch direkt am 5. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Und einen Livestream würde es, denke ich, natürlich wie immer dann geben. Wenn es soweit ist, kann ich Ihnen auch nochmal in den Folgen hier verlinken bzw. auf Twitter posten. Aber ich denke, wenn ihr direkt auf der Apple-Webseite dann an dem Tag seid, dann findet ihr auch den Livestream. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Einladung, denn ja, wenn man Apple kennt, dann weiß man, die Muster, Farben und so weiter, das wurde wahrscheinlich doch eher bewusst gewählt. Was man hier vielleicht rausdenken könnte, dass wir hier spezielle Linsen, wie sie vielleicht dann auch im Apple Mixed Reality Headset verbaut sein könnten, sehen. Dazu auch mit den Lichtspiegelungen. Oder was seht ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wofür könnten diese Elemente auf der Einladung stehen oder ist es einfach nur random irgendwas? Aber ich glaube, nicht unbedingt. Jedenfalls nicht, weil man Apple die letzten Jahre verfolgt. Aber was erwartet uns denn jetzt auf der WWDC? Ja, hier werden wir zum einen natürlich die Software sehen. iOS und iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS. Alles, was irgendwie Richtung Software geht, bekommt dann hier ein Update. Und das Ganze geht dann auch direkt in die Betas über. Final kommt die Software dann raus im Herbst durchs wahrscheinlich wieder. Zu iOS 17 hieß es ja in den letzten Monaten, ja, das wird nicht so spannend. Da gibt es nicht so viele Neuigkeiten, denn Apple spezialisiert sich mehr auf das neue Mixed Reality Headset. Jetzt hat sich Mark Gurman hier aber nochmal ganz grob dazu geäußert. Und zwar sagt er, na, es gibt doch noch ein paar coole, nützliche Funktionen. Er hat aber nicht gesagt, was, wie und so weiter. Ja, also scheinbar kommt da wohl noch was, was vielleicht auch von den Usern gewünscht ist. Jedenfalls deutet er es so an. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, denn zu iOS gibt es generell fast keine Leaks. Denn zum iPhone kennen wir es, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Leaks. Aber weil halt iOS wirklich unter der ganzen Nacht von Apple sozusagen steht und nicht an Drittanbieter angebunden ist, wie halt die iPhone-Produktion, gibt es ja wirklich fast keine Leaks. Mal gucken, was da noch so kommt. Eine Sache, was man schon so ein bisschen rausgehört hat, ist, dass es wahrscheinlich auch alternative oder beziehungsweise dass der Zugriff auf alternative App-Stores ermöglicht werden soll, zumindest laut EU-Gesetzen. Und Apple muss sich natürlich auch irgendwie daran halten. Das könnte also auch dann schon mal in iOS 17 ein bisschen angeteasert sein, denn im Jahr 2024 muss es soweit sein. Und an dieser Stelle noch mal eine kleine Übersicht für die Geräte, die höchstwahrscheinlich dann iOS 17 auch bekommen werden. Da ist auf jeden Fall einiges dabei. Aber ab und an gibt es natürlich auch Produkte auf der WWDC. Und hier, besonders in diesem Jahr, wird ein Produkt vermutet, woran Apple seit einigen Jahren arbeitet. Die Rede ist von Mixed Reality Headset. Dieses soll VR und AR kombinieren, also das Augmented Reality und Virtual Reality in einem Headset. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt drauf. Und gerade mal auf den produktiven Nutzen dahinter, was man da so mit alles machen kann. Und natürlich auch auf den Preis, denn das ist wie für Apple typisch, ja, wahrscheinlich nicht ganz günstig. Aber ich bin auf jeden Fall extrem drauf gespannt. Zunächst soll hier wohl ein Pro-Modell auf den Markt kommen, was alle Features mit sich bringt und ein günstigeres Modell, was vielleicht so ein bisschen abgespeckter ist, soll dann irgendwann später noch mal folgen. Aber hier gibt es jetzt noch mal ein News von Ming-Chi-Kyu, die so ein bisschen, ja, nicht ganz so erfreulich ist. Und er sagt nämlich, dass die Massenproduktion nach hinten verschoben wurde. Genauer gesagt auf Mitte bis Ende des dritten Quartals 2023. Und ja, die WWDC ist nun schon im Juni, was auf jeden Fall früher ist. Es könnte natürlich sein, dass jetzt trotzdem auf der WWDC wir einen ersten Eindruck vom Headset sehen und dass der Release erst deutlich später ist. Das wurde ja auch schon vermutet, dass es dann erst im Herbst auf den Markt kommt. Somit könnte es dann auch irgendwie wieder passen mit der Massenproduktion. Trotzdem, vielleicht kommt es auch erst Ende des Jahres. Also ein bisschen Geduld ist ja auf jeden Fall noch. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir erste, ja, Bilder, Verwendungen und so weiter zum Headset auf der WWDC sehen werden. Dann gibt es aber noch Gerüchte zu einem neuen MacBook Air und zwar ein 15 Zoll MacBook Air. Denn wenn man aktuell ein größeres MacBook haben möchte, da muss man hier zwangsläufig zum 16 Zoll MacBook Pro greifen, was natürlich mal deutlich teurer ist. Aber für die Leute, die jetzt ein MacBook Air brauchen im Alltag oder für die das vollkommen ausreicht, ja, da gibt es aktuell noch keine größere Variante. Würde somit dann also Sinn machen, auch eine größere Variante des MacBook Air auf den Markt zu bringen. Eventuell dann auch mit dem M3-Chip. Denn letztes Jahr zur WWDC gab es den M2-Chip auch mit dem MacBook Air. Vielleicht in diesem Jahr, ja, den Nachfolger sozusagen. Da gab es auch schon erste Benchmarks zu, die auf jeden Fall auch ziemlich performant aussehen. Also da scheint auf jeden Fall was in der Laufbahn zu sein. Genauso wie auch beim Mac Pro. Denn der ist immer noch nicht auf dem Apple Silicon Chip. Also da könnte auf jeden Fall auch was kommen. Man geht davon aus, dass das Gehäuse bzw. das Design identisch mit dem aktuellen ist. Lediglich die Hardware wird halt geupdatet. Also da könnte auf jeden Fall auch was kommen. Soweit, so gut. Soviel erstmal zur aktuellen Lage. Zur WWDC ist hier noch so ein bisschen hin. Ich halte euch natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es hier Neuerungen und neue Infos und so weiter gibt. Übrigens, falls ihr Bock auf ein paar coole Wallpaper in diesem WWDC 2023 Design habt, dann checkt mal unten die Videobeschreibung ab. Da habe ich euch das Ganze von iDownload Blog mal verlinkt. Da könnt ihr einfach die Wallpaper euch herunterladen. Weiter geht es jetzt mit dem Thema iPhone 15. Genauer gesagt zu den Pro-Modellen. Denn dort gibt es dann wieder ganz coole Leaks, wie ich finde. Und zwar zu einem neuen Special-Button. Hier ist die Rede, dass das iPhone 15 Pro und Pro Max natürlich auch einen sogenannten Action-Button bekommen soll. Wie auch, wie wir das Ganze schon kennen, von der Apple Watch Ultra. Da gibt es ja so einen extra Button, den kann man frei belegen. Zum Beispiel Sport-Tracking, Backtrack-Funktion und so weiter. Kann man darüber frei belegen, was man halt machen möchte. Und dann kann man einfach rauftippen und sofort wird das Ganze ausgeführt. Finde ich sehr, sehr praktisch bei der Ultra. Und so soll es dann auch beim iPhone sein. Denn hier haben wir ja schon gehört, dass der Mute-Switch, der seit 2007 im iPhone ist, wegfallen soll. Und stattdessen durch einen Button ersetzt werden soll. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Jetzt gibt es hier aber noch weitere Infos dazu. Kurz vorweg aber noch eine Info bezüglich der Buttons. Denn das sind ja sogenannte Solid-State-Buttons. Die lassen sich nicht mehr physisch reindrücken, sondern durch Vibration wird es suggeriert, dass man diesen Button drückt. Doch, was ist denn jetzt eigentlich, wenn man das Gerät ausschaltet und das iPhone vielleicht gar keinen Akku mehr hat? Und hier gibt es jetzt noch ein paar weitere Infos, wie das dann sein könnte. Und zwar wird hier ein Low-Energy-Chip verbaut sein beim iPhone, der eben dafür sorgt, dass auch die Buttons bei keinem Akku, bei ausgeschaltetem Zustand, trotzdem die Funktion beibehalten, dass man das Gerät an- oder ausschalten kann. Beziehungsweise halt, ja, damit es nicht komplett tot ist, das Gerät. Hier an dieser Stelle blende ich euch nochmal eine Übersicht ein, was mit den jeweiligen Buttons passiert, wenn das Gerät eingeschaltet ist, ausgeschaltet ist oder halt keinen Akku mehr hat. Zurück zum Action-Button beim iPhone 15. Und hier gibt es jetzt auch die Info, dass dieser ebenfalls frei belegbar ist, mit ein paar Funktionen, die man halt ja frei einstellen kann. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Und Mac Roomers hat hier mal so eine Liste erstellt mit möglichen Funktionen, die halt durch diesen Button dann, ja, möglich sind. Ich würde sagen, wir schauen es uns einfach einmal an. Hier kann man natürlich zum einen das iPhone muten oder halt laut stellen, so wie es auch jetzt schon ist, oder nicht stören, anschalten, die Taschenlampe, den Low-Power-Modus, hell- oder dunklen Modus, den Orientation-Log, Startbildschirm oder auch, was ich sehr, sehr cool finde, die Kamera direkt öffnen per Tastendruck. Das finde ich bei einigen Android-Smartphones super praktisch. Beim iPhone geht das zwar beim Lockscreen auch, man muss halt draufdrücken, aber es ist deutlich einfacher, nochmal einfacher, einen Button zum Beispiel zu drücken und die Kamera startet. Würde ich mir am iPhone auf jeden Fall dann auch so belegen, sofern es dann auch möglich ist. Wie gesagt, das ist natürlich noch nichts Bestätigtes oder sonst was. Das sind alles Vermutungen. Aber trotzdem, ich muss sagen, den Action-Button im iPhone finde ich prinzipiell erstmal ganz spannend. Muss man natürlich erstmal schauen, wie es in der Realität ist. Aber ich bin hier auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Action-Button im iPhone will ich unbedingt haben oder sagt ihr, ne, brauche ich nicht. Ich will den Mute-Switch, so wie es jetzt auch ist, weiterhaben. Aber da bin ich echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann gab es auch noch die Info bezüglich der Lautstärke-Tasten. Denn hier heißt es, dass man je nachdem, ob man schneller oder langsamer nach oben und unten wischt oder auch je nachdem, welche Kraft man aufwendet, die Lautstärke einstellen kann. Die Lautstärke-Taste soll in diesem Jahr eine Taste sein. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut und nicht zweitens, wie es aktuell der Fall ist. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann mit diesen Wischgesten oder auch mit dem verschiedenen Kraftaufwand aussieht. Und da gab es auch nochmal eine Anregung von den Kommentaren, glaube ich, da habe ich es auch schon öfters gelesen. Wie sieht es dann aus, wenn man Höhen benutzt im Alltag oder Handschuhe vielleicht? Dann ist der Druckpunkt durch die Solidarität, weil es ja irgendwie gar nicht wirklich vorhanden ist. Und da gab es auch nochmal eine Info und zwar kann man diesen Druckpunkt einstellen in den Einstellungen, ob er halt schwächer oder stärker sein soll, was halt immer schon mal ganz praktisch ist. Und ich denke auch, dass die Höhenhersteller dann hier ihre Cases entsprechend anpassen müssen. Bleibt natürlich abzuwarten, wie das dann aussieht und wie das in Verwendung mit den Cases funktioniert. Ich denke aber, wenn man Apple kennt, wird das hier nicht einfach nur halbherzig gemacht, sondern da wird sich schon was dabei gedacht, denn viele nutzen halt ihr Smartphone auch mit einer Case im Alltag. Also da heißt es auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen abwarten, aber für mich klingt das auf jeden Fall bis jetzt alles schon mal ganz spannend und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz schönen Abend oder Mittag, Morgen, whatever. Also macht's gut. Ciao, ciao. Und lasst einen Daumen nach oben da und erwähnt mich, um nichts zu verpassen. Also, ciao, ciao.